Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will mich wesentlich kürzer fassen unter Top 8 so Leute, die Smart City Strategie Connected Essen entschieden werden. Diese Strategie erscheint uns in Teilen smart, jedoch nicht in der Gänze aller sieben Handlungsfelder, zum Beispiel Mobilität und Infrastruktur, teilweise Umwelt. Bekanntermaßen widersprechen diverse Ansätze aus dem C-Cap, sowie auch bekanntermaßen der angestrebte Modelsplit nicht unserem Verständnis für eine smarte Ruhrmetropole Essen, die Wirtschaftszentrum einer ganzen Region sein und auch bleiben soll. Aus diesen Gründen werden wir uns heute enthalten. Danke.